Stell dir vor, du fährst mit einem Lastwagen durch die Wüste und der Lastwagen fährt sich fest. Und der Fahrer holt Hilfe. Ich muss für kurze Zeit weg. Aber er kommt nicht mehr zurück. Und du bist allein. Allein mit einem, der nicht älter ist als du und der nicht deine Sprache spricht. Ich habe dir gesagt, ich habe keinen Hunger. Hunger? Nein. Hunger? Nein. Hey Murat. Was ist denn jetzt los? Karakum. Ein Film von einem großen Abenteuer und einer noch größeren Freundschaft, die alle Gefahren überwindet. Karakum. Demnächst im Kino. Ja. 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 Ja.